Kinder, ich erzähle euch jetzt eine unglaubliche Geschichte. Sie handelt davon, wie ich eure Mutter kennengelernt habe. Sollen wir für irgendwas bestraft werden? Nein. Dauer das vielleicht länger, Dad? Ja. Vor 25 Jahren, als ich noch nicht Vater war, habe ich ein völlig anderes Leben geführt. Ich war 27, startete gerade meine Karriere als Architekt und lebte in New York mit Marshall, meinem besten Freund aus dem College. Mein Leben lief rund, bis Onkel Marshall alles vermasselte. Willst du mich heiraten? Ja, wunderbar. Und schon bist du verlobt, lass Champagner-Spurl und sprich ein Toast und bumm's hier auf dem Küchenboden. Allerdings nicht auf unserem Küchenboden. Geht klar. Ich danke dir für deine Hilfe, Ted. Soll das ein Witz sein? Es geht um dich und Lilly. Alle eure großen Momente habe ich live miterlebt. Das Kennenlernen, euer erstes Date und andere erste Male. Entschuldigung, wir hatten damals gedacht, dass du tief schläfst. Das ist Physik, Marshall. Wenn das Stockbett unten wackelt, wackelt es oben auch. Oh je. Du wirst heute Abend wirklich Verlobung feiern. Ja. Und was läuft bei dir heute? Tja, was lief bei mir? Onkel Marshall stand vom größten Schritt seines Lebens und ich, ich habe euren Onkel Barney angerufen. Hey, du weißt doch, dass ich schon immer auf Halbasiatinnen stehe. Doch jetzt habe ich eine neue Vorliebe. Libanesische Frauen. Die sind für mich die neuen Halbasiatinnen. Hey, und dann nehmen wir heute was? In 15 Minuten treffen wir uns in der Bar. Und zwar im Anzug. Hey. Wo ist dein Anzug? Wenn ich von Anzug spreche, meine ich damit auch einen Anzug. Hab doch schon mal einen angehabt. Ach, Unsinn, das war ein Blazer. Also pass auf, seit dem College waren wir Marshall, Lilly und ich, verstehst du? Und jetzt sind wir Marshall und Lilly und ich. Sie werden heiraten, eine Familie gründen und ich werde mich zu dem kauzigen Junggesellen entwickeln, den ihre Knirpse Onkel Ted nennen. Ich verstehe nicht, wie du darauf kommst. Als wir uns kennengelernt haben, was habe ich dir da gesagt? Oh, das glaubt, oder? Ted, ich bring dir bei, wie man lebt. Barney, wir kennen uns vom Klo. Oh, richtig. Hi. Lektion 1, der Bart muss weg. Er passt nicht zum Anzug. Ich trage überhaupt keinen Anzug. Solltest du aber Lektion 2. Anzüge sind cool, Beweisstück A. Lektion 3, denke auf keinen Fall ans Heiraten, bevor du 30 bist. 30, ja, hast recht. Nur wenn sich dein bester Freund verlobt, kommst du über sowas ins Grübeln. Bin ich nicht dein bester Freund? Ted, sag, dass ich dein bester Freund bin. Du bist mein bester Freund. Gut, als dein bester Freund schlage ich dir ein Spiel vor. Ich nenne es... Kennen Sie Ted? Nein, bitte nicht. Ich möchte nicht Kennen Sie Ted spielen. Hi, Kennen Sie Ted? Hi, ich bin Ted. Jasmin. Ein hübscher Name. Danke, ist libanesisch. Hey. Ich bin total erschöpft. Heute hatten wir Fingermalen im Programm, aber so ein frecher Knirps meinte, dass er eigentlich lieber Ball spielen würde. Wow, du kochst? Ja, klar, warum nicht? Oh. Bist du dir auch sicher? Denn nach dem letzten Mal sahst du ohne Augenbrauen richtig unheimlich aus. Ich kriege das schon hin und heute habe ich noch mehr Überraschungen auf Lager. Noch mehr Überraschungen zum Beispiel? Marshall studierte im zweiten Jahr Jura und war deshalb schon ziemlich gut im Sich-Haus-Reden. Schnubbelibu! Und das war sie auch schon. Ich gehe dann mal kochen. Ich freue mich so, Herr Marshall, aber ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt schon sesshaft zu werden. Wirst du denn jemals heiraten? Ich glaube, irgendwann schon. An einem Herbsttag. Am besten im Central Park. Eine einfache Zeremonie ohne schwülstige Reden. Eine Band, kein DJ. Ich sehe schon vor mir, wie die Leute abrocknen. Verdammt, warum muss ich Marshall jetzt verloben? Tja, nicht so schärfer als ein Typ, der nur vom Heiraten quasselt, hm? Also, ich finde das niedlich. Dann bist du eindeutig betrunken. Nochmal einen für die Lady. Oh, sieh mal, was ich habe. Oh. Oh, Schatz, Champagner. Ja. Nein, du wirst in deinem Alter doch nicht Angst davor haben, eine Flasche Champagner aufzumachen. Ich habe keine Angst. Dann mach auf. Na gut. Bitte mach du. Du bist unglaublich, Marshall. Ein Mann muss sich im Leben zwei wichtige Fragen stellen. Die eine legst du dir monatelang zurecht und die andere rutscht dir raus, wenn du betrunken in irgendeiner Bar rumhängst. Willst du mich heiraten? Gehen wir mal zusammen aus. Natürlich, du Idiot! Tut mir leid. Carl ist mein Freund. Alles super, Carl. Ich habe jetzt hätte versprochen, dass wir das lassen. Hast du gewusst, dass unter eurem Kühlschrank ein Sandwich liegt? Nein, aber du kannst es haben. Wo ist der Champagner? Hier, ich möchte einen Toast aussprechen. Und zwar auf unsere Verlobten. Wieso hatte ich davor immer solche Angst? Es geht doch super einfach, oder? Wieso drehe ich jetzt durch? Ist doch irre. Ich bin noch gar nicht bereit für etwas Festes. Wieso kriegt Carl eine Libanesin? Der Plan war, bevor ich 30 bin, nicht mal dran zu denken. Der Kerl sitzt nicht mal in einem Anzug. Und Marshall hat die Liebe seines Lebens gefunden. Selbst wenn ich bereit wäre, was ich nicht bin. Aber wenn, bliebe die Frage, okay, ich bin bereit. Wo ist sie? Und da war sie. Es war wie eine Szene aus einem alten Film. Wenn der Seemann zum ersten Mal seine Herzensdame erblickt, sich zu seinem Kumpel umdreht und sagt, siehst du die Kleine da? Die heirate ich eines Tages. Hey, Barney. Siehst du die Kleine da? Oh ja, da sieht man an, dass sie auf Schweinereien stehen. Geh hin und sag hei. Ich kann nicht einfach hi sagen. Das muss geplant sein. Ich warte, bis sie aufs Klo geht. Dann stelle ich mich neben die Jukebox. Das ist eine strategisch gute Position. Hey, kennen Sie Ted? Hi. Darf ich raten? Ted. Entschuldigung, Lilly. Es tut mir furchtbar leid. Schnell zum Krankenhaus, bitte. Halt, Moment mal. Hat er Sie geschlagen? Er, mich also bitte. Er kann mir noch nicht mal im Bett zum Spaß den Hintern versohlen. Nein, er sagt, oh Schatz, hat das wehgetan und ich komm schon. Gib's mir, na los, du Weichei. Oh, ich kenn sie überhaupt nicht. Oh, ist okay. Erzählen Sie weiter. Also dieses Versohlen, ja? Tragen Sie dabei Unterwäsche oder sind Sie nackt? Was machst du so? Ich arbeite bei Metro News One. Oh? Als so eine Art Reporterin und moderiere diese blöden Beiträge am Ende der Nachrichten. Du weißt schon, wie ein Schimpanse spielt Okulele. Aber ich hoffe, ich kriege bald größere Geschichten. Du meinst, wie Gorilla spielt Kontrabass? Entschuldige, du siehst einfach klasse aus. Deine Freundin sind nicht gut drauf, oder? Die in der Mitte ist gerade von ihrem Freund abgeschossen worden. Deshalb ist heute jedermann hier der Feind. Falls es deiner Freundin hilf, kannst mir ein Drink ins Gesicht schütten. Ich nehm's hin. Das fände sie bestimmt großartig. In einem Film ist sowas immer lustig. Würdest du Samstag mit mir essen gehen? Tut mir leid, ich kann nicht. Ich flieg am Freitag für eine Woche nach Orlando. Da backt jemand den größten Pfannkuchen der Welt. Rate mal, wer ihn interviewt. Das dauert ne Woche? Ja, er ist den auch noch. Ein weiterer Rekord. Hey, dauert da so lange. Äh, auch wenn ich jetzt nerve, aber wie sieht's morgen Abend aus? Ja, wieso nicht? Schwein! Hat Spaß gemacht. Lass mich raten, versagt. Versagt! Wir gehen morgen Abend aus. Hey, ich dachte, wir zwei würden morgen Laser-Tag spielen. Klar, als ob ich das je gespielt hätte. Am nächsten Abend lud ich sie in dieses kleine Bistro in Brooklyn ein. Wow, also dieses blaue Posthorn sieht echt scharf aus. Ja, sieht ein bisschen aus wie ein Schlumpfpimmel. Kleiner Rat nebenbei, mein Sohn. Nimm beim ersten Date nie das Wort Schlumpfpimmel in den Mund. Frauen mögen das für gewöhnlich nicht. Aber vor mir saß keine gewöhnliche Frau. Lilly? Wie lange sitzt du schon neben mir, hä? Diese blöde Augenklappe. Mom, Dad, ich hab die zukünftige Mrs. Mosby kennengelernt. Marshall, wie hab ich immer meine Traumfrau beschrieben? Äh, Sekunde. Sie mag Hunde. Ich habe fünf Hunde. Sie trinkt Scotch? Wenn er das richtige Alter hat, würde ich einen Scotch einem Schotten vorziehen. Sie zitiert Sätze aus Ghostbusters. Ray, wenn dich jemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja. Und das Beste kommt zum Schluss. Magst du sie? Ich hasse Oliven. Sie hasst Oliven, das ist ja super. Die Oliven-Theorie? Die Oliven-Theorie stammt von meinen Freunden Marshall und Lilly. Er hasst Oliven, sie liebt Oliven. Und das macht sie zu einem tollen Paar. Voller Harmonie. Tja, weißt du, in meinem Kühlschrank steht schon seit ewigen Zeiten ein Glas mit Oliven. Ich würde sie dir aus der Hand fressen. Also dann. Oh, ist das abgefahren. Ist das heiß. Keiner hält mich auf. Oh, ein Blick mal. Es ist gerade erst halb elf. Was ist passiert? So ein blaues Horn muss ich mir unbedingt über den Kamin hängen. Das würde ganz bestimmt toll aussehen. Eine grüne Klarinette? Nein. Wie wäre es mit einer lilafarbenen Tuba? Ein Schlumpfpimmel oder gar nichts. Da bist du ja. Da will einer springen. So ein Irrer auf der Manhattan Bridge. Du berichtest darüber. Na los. Ähm. Okay, ich bin gleich da. Es tut mir leid. Der Abend hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Und? Hast du sie geküsst? Nein, das hätte nicht gepasst. Hey, sie könnte meine Frau werden, verstehst du? Unser erster Kuss muss was ganz Besonderes sein. Oh, Ted, das ist süß. Ja, wirklich. Du hast also gekniffen wie ein kleines Weichei. Was? Nein, ich habe nicht gekniffen. Und wisst ihr, ich brauche keinen erster Kussrat von irgendeiner Piratin, die seit College-Anfang nicht mehr Single war. Ted, das hätte dir auch jeder Single so gesagt. Glaub mir, dass das sogar der dämlichste Single der Welt sagen würde. Und wenn du mir das nicht glaubst, ruf ihn an. Hey, Loser, jetzt schlägt dir das Lasertag, hä? Weil Lasertag einfach geil ist. Du bist tot, Connor. Zwing mich nicht deine Mama ein, so, Ufi. Hey, zu einem gewissen Punkt brauche ich mal deine Meinung. Okay, in 15 Minuten in der Bar. Im Anzug! Also, die beiden hier sind der Meinung, ich hätte gekniffen. Was meinst du? Also, zuerst einmal fasse ich es nicht, dass du immer noch keinen Anzug anziehst. Sie hat mir nicht das Signal gegeben. Was denn? Soll sie dir per Wimpernschlag was rübermorsen? Ted. Küss mich. Nein, du küsst sie einfach. Nicht, wenn sie es mir nicht signalisiert. Hat Marshall es mir signalisiert? Nein, nein, das habe ich nicht, ich schwöre es. Aber heute Nacht schlafe ich und weiß, Marshall und ich nie im Leben. Du hättest sie küssen sollen. Ach, ich hätte sie küssen sollen. Vielleicht in einer Woche, wenn sie wieder zurück ist. Aber das ist ein Jahr in geile Hühnerzeit. Sie vergisst sich bis dahin. Denk an meine Worte. Du wirst dieses Mädel nie mehr wiedersehen. Da ist sie ja. Oh, die ist süß. Hey Carl, mach mal laut. Überzeugt ihr ihn, das zu überdenken? Daraufhin kletterte der Mann wieder herunter und verlieh der bizarren Geschichte ein glückliches Ende. Er ist nicht gesprungen. Ich muss sie küssen. Auf der Stelle. Alter, es ist Mitternacht. Als dein künftiger Anwalt möchte ich dir nur eins sagen. Das ist absolut verrückt. Ich mache nie was Verrücktes, wirklich nie. Ich warte immer auf den Moment, plane immer alles. Und weil sie morgen abreißt, bekomme ich vielleicht nur die eine Gelegenheit. Ich muss schaffen, was der Typ da nicht geschafft hat, nämlich den Absprung. Gut, das ist vielleicht keine tolle Metapher, denn ich springe in die Ehe und er in den Tod. Oh, das ist eine tolle Metapher. Habe ich euch eigentlich schon gratuliert? Ich werde es tun. Gehen wir. Gute Idee. Wir kommen mit. Barney? Also gut, aber nur unter einer Bedingung. In diesem Anzug, du prächtiger Mistkerl, sieht so super aus. Schon morgen steht das in meinem Blog. Auf die Bremse, sofort. Halten Sie hier an. Nur eine Sekunde. Entschuldigen Sie bitte ganz kurz nur. Lassen Sie sich den Kaffee schmecken. Hey! Los, los, na los! Ich denke mir, Blumen bringt jeder mit. Okay, der Augenblick der Wahrheit. Wünscht mir Glück. Ted hat es auf schöne Fernsehreporterin abgesehen. Ist gerade reingekommen. Okay. Küss sie, Ted. Küss sie ganz toll. Küss sie, bis sie grün anläuft. Marshall, merk dir diesen Abend. Wenn du mein Trauzeuge bist und auf meiner Hochzeit eine Rede hältst, dann musst du diese Geschichte erzählen. Wieso ist er der verdammte Trauzeuge? Ich bin dein bester Freund. Kurz vor ihrer Tür rasten mir eine Million Gedanken durch den Kopf. Nur dummerweise einer überhaupt nicht. Ich habe fünf Hunde. Oh nein, das ist ja nicht gut. Nein! Vergiss nicht, du trägst einen Anzug! Ted? Hi! Ich war gerade... Komm doch rauf. Er ist drin. Tja, also... Ranjit, hast du schon mal eine Libanesin gefügelt? Okay, das sprengt mein Bani-Limit. Ich sehe mal, ob die Bader ein Klo hat. Also, eigentlich komme ich aus Bangladesch. Ja, und gibt's da scharfe Hühner? Hier ein Foto von meiner Frau. Ein einfaches Nein hätte genügt. Was für eine Frau! Also, Ted, was führt dich um ein Uhr morgens nach Brooklyn und noch dazu, im Anzug? Weißt du, ich bin hier, um die... Oliven abzuholen, die du mir angeboten hast. Hättest du gern dazu ein bisschen Gin und Wermut? Äh, versuchst du, mich abzufüllen? Für den Anfang? Also, Marshall, diese Oliven-Theorie stammt von dir und Lilly? Ja. Du hast Oliven. Lilly liebt sie, du kannst sie nicht ab. Ich finde sie ekelhaft. Vor zwei Wochen in einer spanischen Bar standen Oliven auf dem Tisch. Du hast zugelangt. Wie blöd. Was ich jetzt sage, darf das Taxi nie verlassen. Schwörst du es mir? Ich schwöre. Ich schwöre. Lilly hatte mich bei unserem ersten Date gefragt, ob sie von meinem griechischen Salat die Oliven haben könnte. Und ich hatte gesagt, klar, ich hasse Oliven. Aber du magst doch Oliven. Mann, ich war 18, okay? Und noch Jungfrau. Und zum ersten Mal wollte ein hübsches Mädchen an meine Oliven ran. Hier, Marshall, ist mein verfrühtes Hochzeitsgeschenk. Heirate bloß nicht. Deine Oliven-Theorie finde ich reizend. Ich finde dein Horn reizend. Ich glaube, ich mag deine Nase. Ich glaube, ich habe mich hier nicht verliebt. Was? 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 Du hast gesagt, dir tut der Magen weh. Und weißt du, was das ist? Hunger. Du bist hungrig auf Erfahrungen. Hungrig auf etwas Neues. Hungrig auf Oliven, ja. Aber um irgendwas daran zu ändern, bist du zu feige. Ja, das bin ich. Okay. Aber wenn ich mir mein Leben mit Lily vorstelle, fest verbunden, für immer, keine anderen Frauen, dann fühle ich überhaupt keine Angst. Deshalb werde ich sie heiraten. Lily. Lily, ich mag Oliven. Da werden wir dran arbeiten. Oh. Also Orlando mit Besuch von Disney World? Du liebst mich? Wieso habe ich das nur gesagt? Wieso nur? Wer sagt sowas? Ich sollte lieber gehen. Nein, warte. Nur eine Minute. Deswegen warst du hier. Oliven. Ja. Danke. Ich liebe dich. Was ist nur los mit mir? Was machen wir noch hier? Hauen wir ab. Ein Drink geht noch. Was sagst du, Lil? Jo, ho, ho und ne Buddel voll rum. Du bist doch ne Piratin. So, und schon ist die Augenklappe weg. Und wir können Ted nicht einfach hängen lassen. Falls es da oben nicht läuft, könnte er etwas Hilfe gebrauchen. Es sind schon 20 Minuten. Glaubst du, sie tun es? Was? Für all den Hunden? Vielleicht wie die Hunde. Ich kannte mal eine mit nem Golden Retriever. Gut, wir fahren zu der Bar, aber halt den Mund. Los, Ranjit. Tja, wenn du deinen Freundin hiervon erzählen solltest, könntest du das Wort Psycho weglassen? Akzeptieren könnte ich. Exzentriker. Gute Nacht, Psycho. Toll. Ähm, wie komm ich zur U-Bahn? Oh, ähm, zwei Blöcke da lang und dann rechts. Danke. Weißt du was? Ich hab genug vom Single-Dasein. Ich bin nicht gut darin. Klar darf man einer Frau, die man erst kurz kennt, nicht sagen, dass man sie liebt. Aber das ist doch echt ätzend, oder? Ich sag dir mal was. Wenn eine Frau, nicht du, sondern eine hypothetische Frau, alle Schwierigkeiten mit mir überwinden würde, gäbe ich einen verdammt guten Ehemann ab, weil ich darin ziemlich gut wäre. Ich, äh, ich würde sie zum Lachen bringen und ich wär ein guter Vater. Geh auch Gassi mit ihren fünf hypothetischen Hunden. Und ich bin ein guter Kisser. Glaubt nicht jeder, er könnte gut küssen? Oh, ich habe Referenzen. Gute Nacht, Ted. Und ich bin ein guter Händeschüttler. Das stimmt, das fühlt sich sehr gut an. Und das war's dann nicht. Ich werde sie wohl nie wiedersehen. Was? Das war das Signal. Das ewig dauernde Händeschütteln. Du hättest sie küssen sollen. Es gibt überhaupt keine Signale, okay? Aber das, das war eins. Eins Signal. Ah, Karl, vielen Dank. Wenn ich das erledigen darf? Ich finde auch. Du hättest sie küssen sollen. Ha, du warst nicht dabei und ihr auch nicht. Ich muss gestehen, Marshall, das macht mich richtig scharf. Leute, glaubt mir, ich kenne das Signal, aber das, das, das war nicht das Signal. Ted, hier spielt jetzt die Musik. Auf meine Verlobte. Auf die Zukunft. Auf eine heiße und wilde Nacht. Das war nicht das Signal. Jahre später hab ich sie gefragt. Ja, das war das Signal. Ich hätte sie küssen dürfen. Aber das ist das Lustige am Schicksal. Es geschieht, ob du's planst oder nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Frau je wiedersehen würde. Aber wie sich herausstellte, sah ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und so mit Kinder ist das die wahre Geschichte, wie ich eure Tante Robin kennengelernt habe. Tante Robin? Ich dachte, in der Geschichte geht es um Mom. Ganz ruhig, dazu komm ich noch. Wie schon gesagt, es ist eine lange Geschichte. Was wollte ich erzählen? Wie du Mom kennengelernt hast. Und zwar in allen Einzelheiten. Genau. Damals, ich war 27, verlobten sich meine zwei besten Freunde. Das brachte mich zum Nachdenken, ob ich auch heiraten soll. Und dann sah ich Robin. Sie war unglaublich und ich musste sie kennenlernen. An diesem Punkt mischte sich euer Onkel Barney ein. Ich schlag dir ein Spiel vor. Ich nenne es... Kennen Sie Ted? Bitte Barney nicht. In Spielen nicht. Kennen Sie Ted? Hi, kennen Sie Ted? Also bat ich sie um ein Date und ich weiß, es klingt verrückt, aber danach war ich in sie verliebt. Was mich veranlasste, etwas Blödes zu sagen. Ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Was? Oh, Dad. Und was ist dann passiert? Gar nichts. Ich hatte mich vollständig zum Idioten gemacht. Und nach einer Woche beschloss ich, sie nicht wieder anzurufen. Du schaltest also runter von, ich glaube, ich bin verliebt zu, ich ruf sie nicht an? Ich war nicht in sie verliebt, sondern vorübergehend in den abstrakten Gedanken des Heiratens. Verstehst du? Was mit Robin gar nichts zu tun hatte. Robin! Hey! Wir haben uns zufällig getroffen. Seit wann kennt ihr euch denn? Seit etwa hier. Lilly kennt mich von den Nachrichten. Hey, hallo! Sie sind frisch verlobt. Ich muss zurück zum Sender. Wir sehen uns, Leute. War schön, dich zu sehen, Ted. Oh, fand ich auch. Also? Verdammt! Ich liebe sie. Nein! Als dein Pate bei den anonymen Verliebten durfte ich keinen Rückfall. Rutsch rüber. Ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, sie ist die künftige Mrs. Mosby. Lilly, hast du gequiekt? Sie hat was über mich gesagt. Komm schon raus mit der Sprache! Na gut. Also, wie findest du Ted? Ted ist irgendwie anders. Das verbuche ich mal unter gut. Viele Typen sind irgendwie nett. Ich bin irgendwie anders. Er übertreibt gern ein wenig. Aber das macht meinen Charme aus. Das macht seinen Charme aus. Absolut. Ich meine, er ist süß, er ist charmant und er meint es bedeutend ernsthafter als ich. Ich komme zur Zeit nur mit etwas Lockerem klar. Du erzählst es aber nicht weiter, hm? Machst du Witze? Diese Lippen sind wie Fort Knox. Ups. Sie mag es lockerer. Okay, dann bin ich locker. Ich bin so locker wie eine frische Mousse au chocolat. Und wieso? Das Ganze ist nur ein Spiel. Ich wollte schon bis zum Und wenn Sie nicht gestorben sind vorspulen. Aber das geht nicht. Zuerst muss ich das Spiel spielen. Bittest du sie wieder um ein Date? Ja. Nein, denn wenn ich Sie um ein Date bitte, dann bitte ich Sie um ein Date. Wie bitte ich Sie also um ein Date, ohne es direkt zu sagen? Seid ihr auf Droge? Jetzt weiß ich es. Ich bitte Sie nicht um ein Date. Ich lade Sie am Freitag zu unserer Party ein. Seit wann schmeißen wir eine Party? Seit jetzt eine lockere. Klar, nichts wirkt lockerer als eine Party für 100 Leute zu geben, um sich ein Mädel zu angeln. Oh, und Lilly, das ist mein Ball. Du wartest fünf Minuten, bis du mir das sagst? Dann ruf sie an, komm. Nein, ein Anruf ist nicht locker. Ich muss sie zufällig treffen. Wenn ich einen Tagesablauf wüsste, könnte ich irgendwas drehen. Na toll, so wirst du der lockerste Stalker, den man je gesehen hat. Seitdem Marshall ihr den Ring an den Finger gesteckt hatte, war Lilly besonders, äh, besonders anhänglich. Baby, nein, ich muss bis Montag diese 25-seitige Arbeit über Verfassungsrecht abgeben und hab kaum angefangen. Aber ich sitze doch einfach nur hier und trage meinen Ring. Meinen wunderschönen Ring. Andere Sachen fühlen sich plötzlich komisch an. Wie mein T-Shirt. Irgendwie will ich das Ding gar nicht mehr tragen. Oder meine Unterwäsche. Ach, stimmt ja, ich hab gar keine Ahnung. Ach, keine Unterwäsche. Nicht mal ein String. Leute, muss das sein. Da ist sie. Danke, Bill. Ich berichte aus dem Razzle Dazzle Supermarkt auf der 75. Ecke Columbus. 75. Columbus. Das Spiel läuft. Wo der 4-jährige Leroy Ellenberg in einen Spielautomaten gekrabbelt ist und seitdem dort feststeckt. Und das nur, weil er unbedingt eine lila Giraffe haben wollte. Für Metro News One, ich bin Robin Schabatsky. Wir sind raus. Danke, Don. Ted. Robin, wow, was für ein Zufall. Du hier? Oh, ich suche nach einem Dip. Ich liebe Dips. Nein, ich liebe sie nicht, ich mag sie. Wie ein Freund, weißt du. Überträgst du von hier aus deine Nachrichten oder sowas? Ja, ein Kind steckt darin fest. Und wie süß, dass du es eine Nachricht nennst. Wow, das Kind hat sich was schnappen wollen. Du musstest das Kuscheltier unbedingt haben, ohne dich an die Spielregeln zu halten, hä? Du schwitzt ja. Das ist ja, Junge. Lustig, dass wir uns begegnen. Wir feiern nächsten Freitag eine Party. Vielleicht hast du Lust, vorbeizukommen. Ist allerdings was Lockeres. Oh, ich fahre nächstes Wochenende nach Hause. So ein Pech, dass es nicht heute ist. Ist sie doch. Sie ist heute, diesen Freitag. Habe ich nächsten gesagt? Ja. Tut mir leid, aber die ganze Woche sage ich schon nächsten Freitag, ja, die Party ist heute. Aber du weißt schon, kein Stress. Hallo? Hey, störe ich dich bei irgendwas? Nein, nein, ich sitze nur in meiner Arbeit. Und welche Bücher? Äh, du und Lilly, ihr zieht euch lieber mal wieder an. In zwei Stunden ist bei uns Party. Okay? Bis dann. Na, was hast du vor, wenn Robin auftaucht? Hör zu. Ich hab alles genau geplant. Sie kommt zur Tür herein. Und wo ist Ted? Ich warte nicht schon ungeduldig hinter der Tür. Nein. Ich bin auf der anderen Seite des Raums, an meinem Zeichentisch und zeige einem scharfen jungen Ding mein cooles Architekten-Zeugs. Also komm, Robin, zu mir rüber. Ich schenke ihr ganz locker ein kleines. Hey. Was geht ab? Sie? Hey. Hübsche Wohnung. Etc. Etc. Und dann sag ich, fühl dich ganz wie zu Hause, Robin. Und setze ganz locker meine Konversation fort. Dann, eine Stunde später, sag ich, Ups, du bist noch da? Und zwar so, als wäre es mir nicht wichtig, aber als sei ich doch erfreut. Und dann sag ich ganz locker, Willst du mal aufs Dach rauf? Aufs Dach. Genau, das Dach wird dann schon für das Übrige sorgen. Was ist so besonders da oben? Oh, der Mond, die Sterne, die schimmernde Skyline. Sich auf dem Dach nicht zu verlieben ist fast unmöglich. Wir treiben es manchmal da oben auf dem Dach. Toller Plan, meine kleinen Freunde. Wir sind gleich groß. Aber ich würde dir gerne eine klitzel, kleine Änderung vorschlagen. Das scharfe junge Ding lockst hier rauf aufs Dach und treibt es mit dir total verrückt wie die Affen. Das ist nicht der Plan. So sollte er aber sein. Sieh sie dir an, Ted. Sieh sie dir an. Sie ist ratten scharf. Dankeschön. Gerne. Aber sie ist nicht Robin. Ganz genau. Also, Time Out. Statistisch gesehen gibt es auf jeder Party eine kleine, die keine Ahnung hat, auf wessen Party sie ist. Sie kennt niemanden, den du kennst und du siehst sie nie wieder. Du verstehst, worauf ich damit hinaus will. Barney, ich will das so nicht. Absuchen. Absuchen. Man, bist du daneben. Ziel erfasst. Und jetzt wird es Zeit für ein Spiel. Und das nenne ich Kenzie Ted. Hör auf, Mann, bitte nicht schon wieder. Hi, Kenzie Ted? Nein. Hi. Hi. Kennen Sie Marshall, Lily? Nein. Hm, kennen Sie niemanden hier? Nur meinen Kollegen Carlos. Entschuldigen Sie mich. Kennt einer von euch Carlos? Nein. Da ist sie, auf einem Silbertablett. Bon Appétit. Auf gar keinen Fall. Wer nicht will, der hat schon. Verzeihung? Darf ich Ihnen das Dach zeigen? Da oben ist es magisch. Gerne. Nein, hey, ich hab das Dach reserviert. Robin kommt sowieso nicht. Hey, sie wird bald hier auftauchen. Sie wird auftauchen. Sie ist nicht aufgetaucht. Ach, wenigstens war die Party super. Ich hab vier Dosen Dip weggeputzt. Du findest immer die richtigen Worte, Kumpel. Es ist Robin. Dann geh schon ran. Nein, 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 nicht sofort. Das wär nicht locker. Hallo? Tut mir leid, ich hab deine Party verpasst. Wer ist da, Meredith? Robin. Oh, Robin, hey, na klar. Du warst gar nicht da, was? Nein, ich konnte nicht weg, aber sie haben den Kleinen doch noch aus dem Automaten geholt. Hat er die Giraffe behalten dürfen? Ja, er durfte alle Spielzeuge behalten. Er war lange drin und kleine Kinder haben kleine Blasen. Ich wünschte, die Party wär heute. Wieso? Die Party ist heute. Ja, es ist eine Zweitagesparty, denn wir sind gut raus. Äh, also, wenn du noch vorbeikommen willst, ist ganz locker hier. Also. Tja, das war Robin. Was tust du mir an, Mann? Ich muss endlich mit meiner Arbeit anfangen. Ich weiß, tut mir leid, es ist furchtbar. Hey. Ich muss Dips besorgen. Hey. Ted, warte. Ich möchte French Onion. Ich glaub's nicht. Ich muss eine Arbeit schreiben. Okay, meinetwegen. Aber das muss ratzfatz gehen, ist das klar? Und hinterher wird nicht gekuschelt. Ich bin die glücklichste Frau auf Erden. Ach, du hast recht. Das mit dem Dach stimmt wirklich. Total verrückt. The roof is on fire. Die Kleine von gestern Abend hab ich mit zu mir genommen und sie heute früh auf der Straße ein paar Mal im Kreis gedreht und anschließend heimdacken lassen. Die findet den Weg nie zurück. Und da ist sie auch schon. Wie hat sie hergefunden? Hast du sie eingeholt? Keine Ahnung, wer sie ist. Sie sagt, sie arbeitet mit Carlos. Wer ist Carlos? Ich kenn auch keinen Carlos. Hi. Du. Du bist hier. Na und ab. Oh, komm, mein Süßer, trinken wir was. Dein Süßer? Wirklich? Augenblick. Halt ihr, Kanickel. Das Dach ist für mich reserviert. So, es ist aus zwischen mir und dem. Ich arbeite mit Carlos Mädchen. Oh, so schnell? Ja. Jetzt weiß ich, wie man ein Mädchen abwimmelt, das man gerade erst kennengelernt hat. Ich habe mich in dich verliebt. Was? Danke, Kumpel. Keine Ursache. Was soll das? Nein, bitte nicht. Entschuldige, Ted. Ah, spitz. Und was, wenn Robin auftaucht? Sie taucht bestimmt auf. Sie ist nicht aufgetaucht. Also, wir haben zwei Partys gefeiert. Niemand hat sich gelangweilt. Ein paar Leute haben gerockt. Ein paar andere hatten Sex. Und jetzt muss der Kleine wieder ackern. Und keiner von ihnen störe ihn dabei. Sprich mir nach. Es gibt keinen Sex mit Marshall. Es gibt keinen Sex mit Marshall. Es gibt keinen Sex mit Marshall. Es ist Robin. Hallo? Hi, Ted. Amanda? Oh, Denise. Entschuldige, du bist wirklich wie Amanda gekommen. Hier ist Robin. Oh, Robin. Hi. Ich wollte vorbeikommen, aber ich musste wieder arbeiten. Es ist, als würde ich dort wohnen. Tut mir leid, dass ich nicht da war. Hey, ein Satz mit X. Das macht doch nix, Baby. Wer bin ich? Wirklich schade, dass es keine Dreitagesparty ist. Tatsächlich geht die Party heute Abend weiter. Ja, gestern Abend haben alle geschrien. Mach weiter, Mann. Aller guten Partys sind drei. Wow, na gut. Diesmal bin ich da. Schön. Wir sehen uns. Naja, das war Robin. Also habe ich hier eine dritte Party für Robin geschmissen. Allerdings Sonntagabend. Mann, ist das lahm. Lahm oder locker. Lahm oder locker. Hey, Paragrafenhengst. Wie wäre es mit 15 Minuten entspannt? Nein, ich muss arbeiten und dafür brauche ich mein ganzes Blut. Und zwar hier. Hat jemand zufällig eine Einleitung zu Schadensersatz- und Entschädigungsrecht von 1865 bis 1923 gesehen? Oder sonst einen dicken Wälzer? Nein. Nein. Hallo, Barney. Das war klar. Siehst super aus. Witzig, dass wir beide eingeladen wurden. Wer? Wer hat dich eingeladen? Kein Mensch weiß, wer du bist. Keiner. Ich verstehe ja, dass du sauer bist, aber du musst deswegen nicht grausam werden. Carlos hatte recht mit dir. Wer ist Carlos? Hey, wozu Henker ist mein... Oh! Okay. Eine Einleitung zu Schadensersatz- und Entschädigungsrecht von 1865 bis 1923 ist kein Untersetzer! Ted, ich setze mein Studium nicht aufs Spiel, damit du nicht nur eine oder auch zwei, sondern drei Partys für ein Mädel feierst, das du kaum kennst und das vermutlich nicht mal auftaucht. Ich meine, wo steckt sie? Wo ist Robin? Oh, hi. Hi, Robin. Ähm. Du hast also drei Partys nur für mich veranstaltet? Nein! Das hast du geglaubt? Oh nein! Ich... Okay, ja. Hast mich erwischt. Ich meine, einer der Gründe für diese Partys war, dass ich dich jemandem vorstellen kann. Und zwar... Ihm hier. Ähm. Ich dachte, da es zwischen uns beiden nicht geklappt hat und wir jetzt darüber lachen können. Wie auch immer. Robin, das ist... Ähm... Carlos. Oh. Oh. Ne, das bleibt nicht, Robin. Sie redet immer noch mit Carlos. Ich glaube, das stimmt. Ich kann noch gewinnen. Es ist noch nicht gelaufen. Okay, Kumpel, es ist Zeit für ein ernstes Gespräch. Robin scheint eine klasse Frau zu sein, aber was sind die Fakten? Du hast den Wunsch zu heiraten. Und es gibt alleine in New York mindestens eine Million Frauen, die genau nach dir suchen. Aber Robin gehört nicht zu denen. Ja, sie gehört nicht zu denen. Sie gehört zu mir. Ja, und die, die zu dir gehört, geht gerade aufs Dach. Hey, was machst du jetzt? Nichts. Das ist ein Spiel, da muss ich einfach locker bleiben, weißt du? So. Mmh. Musik Hey, Carlos, kann ich kurz mit dir reden? Hey, kein Ding, hombre. Bis später. Ist gut. Robin, es ging bei der Party nicht um dich und um Carlos, auch nicht bei der davor und auch nicht bei der ersten. Ich hab diese Partys geschmissen, weil ich dich sehen wollte. Tja, und hier bin ich. Da ist doch irgendwas in der Luft, oder? Bin ich jetzt verrückt? Nein, sicher nicht. Ich weiß es auch nicht, Ted. Ich meine, wir beide kennen uns doch kaum. Und du siehst mich mit diesem Blick an. Also das ist... Erzähl schon, wie? Als wolltest du mir sagen, los, verlieben wir uns. Dann heiraten wir, haben Kinder, die wir zum Fußballtraining fahren können. Hey, sie müssen nicht zum Sport, wenn sie nicht wollen. Dieser Blick ist wirklich toll. Er trifft nur die falsche. Das stimmt nicht. Doch, so ist es. Ich will jetzt noch nicht heiraten, falls überhaupt jemals. Und immer wenn wir uns treffen, hab ich das Gefühl, entweder heirate ich dich oder brech dir das Herz. Und ich kann dir weder das eine noch das andere antun. So wie du dein Gefühl nicht unterdrücken kannst. Klick. Aus. Lass uns rummachen. Ist das besser so? Wieso? Das war der Ausschalter und ich hab ihn betätigt. Ich meine, klar, ich will mich verlieben, heiraten, Kinder haben, bla bla bla, aber... Da wären auch noch... Da wären auch noch... Du? Ich? Allein auf dem Dörf? Es gibt keinen Ausschalter. Doch, es gibt einen Schalter und der... Ist auf Aus. Nein, ist er nicht. Ist er doch. Nein, ist er nicht. Doch. Ist er. Du hast recht, es gibt keinen Ausschalter. Oh Gott, ich wünschte, es gäbe einen. Das wünsche ich mir auch. Oh. Also... Tja... Was machen wir jetzt? Ähm... Freunde werden. Oh. Hör zu. Ich weiß, das klingt immer ziemlich unecht, wenn jemand so etwas sagt, aber... Wieso nicht? Ich weiß nicht, Robin. Ich hab mich hier zum Idioten gemacht und bei jedem Wiedersehen würde mir mein Ego sagen, oh stimmt, du bist ein Idiot. Nein, das ist nicht wahr. Tut mir leid, ich bin erst im April hierher gezogen und hab bisher nur gearbeitet und... Ich habe seitdem kaum sympathische Leute kennengelernt. Aber ich verstehe dich. Tja, weißt du... In ein paar Monaten, wenn alles nicht mehr so frisch ist, dann könnten wir mal... Naja... Was trinken gehen. Ja. Das hört sich gut an. Bis dann, Ted. Oder wie wär's jetzt? Wir könnten alle ein Bierchen zwitschern. Das wäre schön. Meine Freunde werden dich ganz bestimmt lieben. Dich mögen, äh... Weißt du, als Freund? Idiot. Einfach unglaublich. Also ich... Da ist die Katastrophe vorprogrammiert. Die sind Kollegen. Eifersüchtig. Ach, bitte. Was hat Carlos, was ich nicht habe, hm? Ein Date heute Abend. Oh! Und halt das Band an. Spul doch mal zurück. Löt ein Date heute Abend. Ich weiß nicht, ob ich sie leiden kann. Musst du nicht deine Arbeit treiben? Alter, vor dir sitzt ein Könner. Ich weiß. Erst haue ich das Bier hier weg, dann haue ich noch ein weiteres Bier weg und dann geh ich heim, packe 25 Seiten Arbeit runter, gebe sie ab und kassiere eine Eins. Mein Name ist Hase und ich drehe alle eine Nase. Er hat eine zwei Minus bekommen, aber 25 Seiten in einer Nacht. Der Kerl hatte es drauf. Jedenfalls gebe ich dir ein Bier aus. Ach, ich gebe euch allen ein Bier aus. Ich werde dir tragen. Weißt du was? Nein. Du bist ein guter Fang. Du wirst irgendwann eine Frau sehr glücklich machen. Und ich werde dir dabei helfen, sie zu finden. Da wünsche ich dir viel Glück. Vielleicht ist New York als Stadt einfach zu groß. Ich meine, hier leben Millionen Menschen. Und in diesem ganzen Gewusel soll ein Mann die Liebe seines Lebens finden. Ich meine, wo soll man anfangen? Hi. Kennen Sie Ted? An einem Abend, noch bevor ich eure Mutter kennengelernt habe, zog es mich förmlich in die Bar. In die Bar? Was für eine Überraschung. Du warst auffällig oft in Bars. So haben wir uns damals die Zeit vertrieben. Ich, Marshall und Lily, Barney und Robin. Wir alle hingen meistens im McLaren's-Room. Doch dann, eines Abends... Sollen wir ins McLaren's? Gehen wir ins McLaren's. Ihr sprecht miteinander, hm? Habt ihr einen Hörfehler? Gehen wir ins McLaren's. McLaren's ist doch die pure Ödnis. Ted, heute Abend gehen wir aus. Wir treffen ein paar Ladies. Ladies, es wird bestimmt legendär, Telefon-Five. Wieso habe ich mit Barney eigentlich so viel Zeit verbracht? Kein Telefon-Five, hm? Ich kriege das mit, wenn du nicht mitmachst. Ach, komm schon. Wir gehen ständig ins McLaren's. Ja, weil das McLaren's Spaß macht. Das McLaren's macht so viel Spaß. Und was ich dir anbiete, ist die Chance auf so viel Spaß. Das höre ich oft von dir. Du sagst, es macht dort so viel Spaß. Meistens macht es nur so viel Spaß. So viel Spaß ist prima. Das reicht mir, wenn du es garantierst. Dieses Gestikulieren haut über's Handy nicht hin, hm? Hock nicht hin. Steig ein, komm. Marshall, du auch. Oh, ich würde gern, aber Lilly möchte heute einen... Ich verstehe. Los, komm. Wieso darf Marshall absagen? Weil er flachgelegt wird. Und das sehr oft. Ted, 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 sieh her. Du gehst ständig in dieselbe Bar wie ein Mono, Tony. Und ich bringe Abwechslung. Ich mach dich zum Stereo, Tony. Ich will überhaupt kein Tony sein. Es geht um Routine und die finde ich gut. Ted, wie lautet die erste Silbe in Routine? Viel Spaß, euch Spießbürgern. Also, was ist dein legendärer Plan? Wir gabeln was beim Flughafen auf. Okay, ich bin raus. Esti mal an die Türen. Wir erledigen diese klitzekleine Kleinigkeit und dann gehört der Abend uns. Was sollen denn diese Trollys und wen gabeln wir auf? Weiß nicht. Vielleicht sie? Oder sie? Warte. Hast du gesagt hast, dass du was am Flughafen aufgabeln willst? Hast du damit gemeint, dass du am Flughafen eine Frau aufreißen willst? Stell dir Folgendes vor. Ein paar Mädels besuchen für ein spaßiges Wochenende den Big Apple. Und treffen auf zwei schnieke internationale Geschäftsleute, die soeben von einem Japan-Trip zurückkehren. Möglicher Dialog. Sie haben einen mit Rädern dran? Wahnsinn, so einen hab ich auch. Du verarschst mich, oder? Falsch. Nebenbei steckt ein Hemd rein. Sieht lächerlich aus. Ich bin lächerlich? Vertrau mir, Ted. Das wird legendär. Sag nicht immer legendär, okay? Du benutzt dieses Wort viel zu inflationär. Wir bauen ein Igloo im Central Park. Es wird echt legendär. Schneeanzug. Hopp. Ted, Ted, Ted. Sieh her. Die Sache läuft. Du kannst sie gleich aufs Laufband stellen oder hörst dir erst eine ellenlange Rede an, in der ich dich davon überzeuge, es zu tun. Kannst wählen. Ted, seit der Steinzeit musste der Mensch sich abschleppen. An diesem Abend musste Marshall fürs Studium büffeln. Also ging Lilly mit Robin aus, die erst vor kurzem nach New York gezogen war und eine Freundin suchte. Ich find's richtig schön, dass wir beide endlich mal in Ruhe quatschen können. Ja. Bist du dir sicher, dass du den Freitagabend mit einer biederen Fast-Ehefrau verbringen willst? Ach, weißt du, diese ewige Fleischbeschau nervt doch nur. Die Kerle sind wie Busse. Da säumst du einen, kommt der nächste in fünf Minuten. Außer die Nacht ist fast gelaufen. Dann nimmst du jeden. Hey, wow. Das kommt von dem Herrn da. Wirklich? Wie süß. Oh, von dir krieg ich sechs Dollar. Tja, das ist wohl der Nachteil des Verlobtseins. Ich wette, nur darum hat er das gemacht. Hey. Oh, hallo. Tja, kommst du gerade aus Detroit? Japan. Okay, Gepäckband 4 ist abgearbeitet. Fertig? Dann lass ich jetzt mal eine Info raus. Süße Schnitten sind nie aus Buffalo. Ziel auf 10 Uhr. Klar zum Gefecht, Teddy. Klar, aber wir sollten auch in unserer Geschichte fallen. Wie sind wir... Ted, du knuddeliger Tollpatsch, Vorsicht! Hey, warte. Oh mein Gott, ist alles okay? Oh, das tut mir leid. Ist schon gut, nur die Landung war unsauber. Ich geb dir eine 9,2. Hi. Hi, ich bin Ted. Laura. Und entschuldigt unsere Fahrerflucht, aber unser Flieger wartet nicht. Wo geht's denn hin? Philadelphia. Philly, so ein Zufall. Wir auch. Ihr auch? Dann sehen wir euch ja an Bord. Das werdet ihr. Hinterher, ich zahle die Tickets. Nein, Barney mag es nicht, die Rolltreppe zu betreten. Aber auf keinen Fall die nächste und übernächste Rolltreppe. Du solltest Jura studieren, einen vernünftigen Beruf ergreifen, denn Juristen werden die Menschen immer brauchen. Am Freitagabend allerdings, müsste der berufte Anwalt schon ein bisschen mehr Spaß machen. Was geht ab, Ted? Alles klar? Ja. Hey, weißt du, wo ich bin? Ich sitze in einem Flieger nach, bist du bereit? Philadelphia. Hey, das ist ja voll der Hammer. Bist du es, Marshall? Marshall, egal was du machst, spring in deinen abgefahrenen Pontjeck und triff uns in Philly. Das wird echt legendär. Oh Mann, wenn ich nur könnte, ich... Ja, 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 ich hab dir ein paar MMS geschickt, check die mal. Fahr los. Gib's zu, du hast Spaß. Und zwar so viel, um genau zu sein. 35.000 Fuß Spaß. Jedenfalls habe ich heute Morgen noch nicht geahnt, dass ich gleich in Philly landen werde. Da sagst du was. So, und jetzt gehen wir ran. Hey, wir müssen auch angeschnallt bleiben. Ted, du bist schon seit deiner Kindheit angeschnallt. Glaub mir, es wird Zeit, den Gurt zu lösen. Sir, Sie müssen sich anschnallen. Ja, klar. Entschuldigung. Ich bin im Park Slope aufgewachsen. Och, ich liebe Park Slope. Und seit wann bist du hier? Du bist von Park Slope? Nein, aber sie. Und du? Du bist aus dem Himmel? Ja, ich bin ein Geist. Und eigentlich schon uralt, genauso wie deine Anmacher. Hallo. Entschuldige. Glaub mir, ich kenn das. Ich hab auch so einen Spruch, wenn ich angemacht werde. Pass auf. Hä? Übernimm du ihn. Ich heb ihn für den Nächsten auf. Klasse. Also, was führt euch nach Philly? Wir treffen unsere Freunde. Ich glaube, Chris will um meine Hand anhalten. Ist das nicht toll? Ja, ganz toll. Da waren wir also. Und steckten dank Onkel Barney mit zwei entschiedenen Nicht-Singles in einem Flieger nach Philadelphia fest. Sind sie nicht süß? Sie sind beide Linebackers bei den Eagles. Oh, beide? Ich werde verrückt. Ihre beiden Freunde sind Linebackers. Du fährst nach Philly? Wieso? Ähm, hab ich nicht gefragt. Trotzdem, das hört sich auf jeden Fall unterhaltsamer an als bei mir. Ich quatsche hier nur mit Männerärschen, während sie Robin anmachen. Ich schätze mal, das passiert ihr häufiger. Und du bist der Meinung mir nicht? Nicht mit einem Ring am Finger. Ich meine, die Typen sehen den Ring und wissen, nix da. Das ist Marshalls Parkplatz. Aber ja, du hast recht. Das liegt am Ring. Ich hab mich immer noch nicht dran gewöhnt. Natürlich liegt's am Ring, Schatz. Nimm ihn ab und du hast tonnenweise Typen an der Hacke. Ich kann doch nicht den Ring abnehmen. Wärst du nicht eifersüchtig, wenn die Kerle um mich herumscherwänzeln würden? Oh doch, du kennst mich. Die Eifersucht bringt mich um. Jeder geile Penner, der dich auch nur anglotzt, kriegt von mir eine verpasst. Nein, ernsthaft? Hab einen schönen Abend. Oh, wow. Robin! Robin! Ich bin hier. Okay, Philadelphia, ich komme! Marshall, komm nicht nach Philly. Aber wir lassen die Puppen tanzen. Was, auf einer Rollbahn in Philadelphia? Ein hohoholles Erlebnis. Mist. Nein, nein, die Nacht ist noch jung. Denk an die Flughafenbar. Die Stewardessen dort, die bringen dich schon wieder in aufrechte Position. Noch einen Wunsch? Passagiere Mosby und Stinson, kommen Sie mit, Gentleman, und machen Sie keine Dummheiten. Bonnie, dafür werde ich dich irgendwann umbringen. Sag das doch nicht so laut, Mann. Vor der Security, das war uncool. Uncool? Okay, Philadelphia, ich komme! Marshall, komm nicht nach Philly. Aber wir lassen die Puppen tanzen. Was, auf einer Rollbahn in Philadelphia? Ein hohoholles Erlebnis. Mist. Nein, nein, die Nacht ist noch jung. Denk an die Flughafenbar. Die Stewardessen dort, die bringen dich schon wieder in aufrechte Position. Noch einen Wunsch? Passagiere Mosby und Stinson, kommen Sie mit, Gentleman, und machen Sie keine Dummheiten. Bonnie, dafür werde ich dich irgendwann umbringen. Sag das doch nicht so laut, Mann. Vor der Security, das war uncool. Uncool? Hören Sie, das ist eine Unverschämtheit. Wir sind internationale Geschäftsleute. Auf einer sehr wichtigen internationalen Geschäftsreise. Und ich verlange unsere sofortige Freilassung. Du verlangst? Nein, nein, er verlangt nicht. Glauben Sie mir, wir verlangen überhaupt nichts. Dann darf ich Sie bitten, Ruhe zu bewahren. Okay, ich bin ruhig, ich bin ganz ruhig. Uns liegen Videos vor, auf denen Sie im New Yorker Flughafen am Laufbahn 3 zwei Taschen deponieren und dann noch schnell zwei Tickets erstehen, und zwar in Bar. Für die Taschen warst du verantwortlich. Die Dinge haben dir gehört, Mann. So, bitte. Es geht hier um eine Untersuchung. Hören Sie, das ist nur ein großes Missverständnis. Bitte. Wir sind internationale Geschäftsmann. Mein Kollege hat die Taschen versehentlich dagelassen, und jetzt bitte ich Sie, uns gehen zu lassen, sonst verpassen wir noch unser internationales Meeting. Ich habe noch nie einen internationalen Geschäftsmann gesehen, dessen Hemd nicht in der Hose steckt. Außerdem gibt uns dieses in den letzten Monaten entstandene Material vor. Kannst mir glauben, das letzte Ding hat funktioniert. Wahr ist, dass mein Freund hier mit falschem Gepäck auf Flughäfen versucht, Frauen aufzureißen. Und wir sind zwei Mädels nach Philadelphia nachgereist. Das war's, das war alles. So dumm kann doch niemand sein. Oh doch, er ist so dumm. Sag ihm, dass du dumm bist. Wir beide sind internationale Geschäftsleute. Hör auf, Mann! Sir, senken Sie Ihre Stimme, oder wir wenden Gewalt an. Er hat Recht, bleibt locker. Aber wir haben das Recht auf einen Anwalt. Genau so ist es. Haben wir einen. Hört mal, ihr seid amerikanische Staatsbürger, fallt nicht auf diesen Patriot-Act-Scheiß rein. Ihr beide verweigert fortan jedwede Aussage, solange euer Anwalt nicht zugegen ist. Also haltet die Klappe, ja? Okay, ich beeil mich. Hey, Philadelphia! Das Abenteuer geht weiter! Yeah, ich mach sie alle! Ich find's hier lächerlich. Gehen wir woanders hin? Nein, diese Bar find ich echt spitze. Was soll das? Was? Das mit den Lippen und auch sonst? Meine Lippen sind doch immer so. Wieso musstest du die Rassismus-Keule schwingen? Bleib locker, Ted. Wir haben nichts Falsches gemacht. Und nebenbei bemerkt, wir säßen ja nicht, wenn du dein Hemd in die Hose gesteckt hättest. Wir hören, JFK. Wie ist der Gepäckstatus? Keine Gefahr. Da sind nur ein Haufen Kondome drin. Und ein Powerriegel. Sie können gehen. Komm nicht nach, Philly. Mann, ich bin auf halber Strecke. Aber wir sind wieder frei und krallen uns den nächsten Flug. Treffen wir uns im McLaren's. Vielleicht hat es noch offen. Können wir nicht, nicht. Nein, wir können nicht. Der Flug ist gebucht, klar? Wir gehen zu Sascha. Was ist denn das für ein Laden? Sie ist Sascha. Sie hat ein paar Leute auf ein paar Drinks zu sich nach Hause eingeladen. Das wird sowas von liegen. Moment. Heute werden die Mädels nur dich wollen, denn der letzte Teil des Wortes ist der. Nein. Das wird legendär. Legendär? Das hört sich für mich super an. Nein, Marshall, wir fliegen zurück. Na gut. Warte, da ruft noch jemand an. Hallo? Marshall, wir düsen zu Sascha. Das tun wir nicht. Ted, 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 sieh her. Das tun wir doch. Tja, Alter, tut mir leid. Zwei gegen einen. Oh, da ist frei geworden. Wirklich? Ich dachte, dann können wir endlich reden, aber wenn du mir nicht zuhörst, kann ich auch abhauen. Ja, ja, abhauen. Hey. Hey. Ich bin verlobt. Weißt du, tut mir leid. Ich hab ihn abgenommen. Es war nett von dir, dass du rüberkommst, um mit mir zu sprechen, aber ich... Ist schon okay, ich bin schwul. Ich wollte dir nur sagen, du sitzt auf einer Weintraube. Oh, so ein Mist. Barney und ich mischten die Stadt auf. Philadelphia, Stadt der brüderlichen Liebe. Unser einziger Halt, Saschas Party. Ihr also seid Saschas Bekannte, ja? Du sagst es. Hey, Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Nicht so laut. Ihr weckt doch meinen Opa auf. So, wer von euch will einen Wodka-Lemon? Philly! Pssst! Philly! In der Bar verlief der Mädelsabend für Robin nicht ganz so wie gedacht. Lily, Sandy? Robin, äh, wo ist Lily? Sie ist, äh... Sie quatscht mit einem geilen Typen, was? Wie kannst du's sagen? Finde ich cool. War ja meine Idee. Nimm den Ring ab, habe ich ihr gesagt. Wirklich? Ich fänd's schon komisch, aber wenn's für dich cool ist, ja, er ist runter und sie quatscht mit einem Typen. Soll ich rübergehen und... Nein, nicht dazwischen funken. Ist doch klasse. Also, der Ring ist wirklich runter, ha? Klasse. Sag ihr bitte, dass ich angerufen habe und sag ihr, dass sie... ...klasse ist. Sie ist sowas von klasse. Unsere einzigartige Beziehung basiert auf Vertrauen. Krieg keine Luft mehr. Hast du gehört, Ted? Der in der Berwacht die berühmte Liberty Bear. So gut ich kann. Die Glocke ist bestimmt sehr gut gesichert. Gehst du manchmal hinter das Seil und fasst sie an? Klar, täglich dreimal. Und schon mal den Kopf reingesteckt? Klar. Mal dran geleckt? Nein. Hab noch nie dran geleckt. Ich wette, in der ganzen Geschichte hat noch niemand an der Freiheitsglocke geleckt. Wenn das mal einer auf die Reihe kriegt, würde ich mich nicht scheuen zu sagen, das wäre... Wie heißt das Wort noch? An dem Punkt steige ich aus. Legendär, Ted! Legendär! Arnie, ich fahr zum Flughafen. Sascha, danke. Und tut mir leid, dass ich dein Opa auf dem Klo gestört habe. Ich hole dann mal was zum Fleck wegwischen. Lilly, ich dachte, das sollte ein Mädelsabend werden. Was machst du da? Ich erwehre mich der Avancen dieses scharfen Typen, weißt du? Kann es sein, dass er schwul ist? Ach, ich weiß, dass er schwul ist. Aber Marshall und ich, wir kennen uns seit neun Jahren. Ich bin seit der Highschool nicht mehr Solo. Und willst du es wieder sein? Hättest du Spaß daran, den ganzen Abend lang Verlierer abzuwimmeln? Ich glaube, ich wollte das Netz mal wieder ins Meer werfen und sehen, wie viele Fische ich fangen kann. Bis jetzt einen. Einen schwulen Elphi? Und Marshall? Lilly, all die Frauen hier hoffen, dass sie das an Land ziehen, was du schon hast. Das weiß ich. Hast ja recht. Hey, holen wir uns einen Kaffee und reden mal richtig miteinander? Wenn Kaffee holen, Käsekuchen essen heißt? Gerne. Hey, ich hab hier etwas Mineralwasser. Ziehen wir uns zum Hintern mal an. Oh, ganz, ganz lieben Dank. Willst du Ärger, Kumpel? Du fummelst nämlich am Knackarsch meiner Verlobten um. Hört bitte auf. Nein! Baby, bitte nimm nie wieder den Ring ab, auch wenn ich sage, dass es kein Problem ist. Hey, hör zu mir. Komm mir nicht zu nahe, Ombre. Ich hab nur wenig Angst vor dir. Hier, willst du mal dran riechen? Her mit der Nase, komm. Marshall, er ist schwul. Oh, Gott sei Dank. Ich hab mich noch nie geprügelt. Was du nicht sagst. Womit erwiesen war, dass Onkel Marshall doch zur Eifersucht neigt. Dummerweise hatte der Freund des jungen Mannes die gleiche Neigung. Hey, was war's? Ich hätte sie gern mal geleckt, die Liberty Bell. Wir fahren jetzt zum Flughafen. Bong. Bong. Wieso hänge ich eigentlich mit dir rum? Wieso? Ich wollte doch nur mein übliches Bierchen in der üblichen Bar mit den üblichen Freunden in der üblichen Stadt trinken. Tät, Tät, Tät. Du siehst nicht mehr hin. Da hast du wohl recht. Hey, unsere Vorfahren gaben ihr Leben für das Recht nach Glück zu streben, okay? Und nicht nur einfach rumzusitzen und auf Glück zu warten. Also trotte entweder täglich in die übliche Bar, trinke das übliche Bier, rede mit den anderen den üblichen Scheiß oder lecke an der Freiheitsglocke. Mach es. Pack das Leben bei der Glocke und leck, bis die Schad kracht. Das hat mich tief berührt. Danke, Leonard. Tät, dir geht ja eine Lektion fürs Leben durch die Lacken. Du musst mir nicht beibringen, wie man lebt, okay? Ich weiß, wie das geht. Wenn du unbedingt die Freiheitsglocke abschlabbern willst, dann mach das ohne mich. Nein, so was macht man zu zweit. Wieso? Wieso brauchst du mich dazu? Weil du mein bester Freund bist, okay? Du musst mir das jetzt nicht auch bestätigen. Aber weißt du, ich sehe uns als Team. Ohne dich bin ich wie... ein Zwilling ohne Bruder. Also gut. Wenn du jetzt zurückfliegen willst, dann sollten wir besser zurückfliegen. Bitteschön. Dann lass uns die Freiheitsglocke abschlecken. Schön, wir sind da. Keine Ahnung, wie Barney es geschafft hat, das Taxi umzulotsen, aber Dana hat uns reingelassen und bei Gott, wir haben an der Freiheitsglocke geleckt. Und weißt du, wonach sie schmeckt? Nach was? Freiheit. Nein, eher nach einem Penny. Oh mein Gott, das habt ihr Jungs wirklich getan? Ja, mir wurde auch klar, warum ich meine Zeit mit Barney verbrachte. Ich kam zwar nie dort an, wo ich eigentlich hin wollte, aber es sprang immer eine prima Geschichte dabei raus. Und die Frau, der du sie erzählt hast, das war Mom? Jede Geschichte im Leben eines Mannes ist wie ein Punkt auf einem impressionistischen Gemälde und... Heißt das nein? Ja, das heißt nein. Was denn? Kinder als Single sehnt man sich einzig nach dem und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Aber nur eine eurer Geschichten kann so enden, in den anderen wird letztlich immer jemandem wehgetan. Jetzt folgt eine eine der traurigen Geschichten und sie beginnt mit einem Hemd. Ach ja? Hört zu, denn ohne dieses Hemd würde es diese Geschichte gar nicht geben. So ist es, habe ich recht? Ja, nur... Das ist schön. Nicht wahr? Nicht wahr? Hey! Seht euch nur die Farben an, grün mit braun, das wurde aber auch Zeit. Heißes Teil, Mann, ist das neu? Nein, es ist verrückt. Ich habe schon seit ungefähr sechs Jahren und bis heute konnte ich es nicht ausstehen. Aber jetzt hat sich mein Geschmack offenbar verändert. Popel! Ja, hallo Barney. Barney hat mir 50 Dollar geboten, wenn ich in einem Bericht so ein dämliches Wort unterbringe. Das ist kein dämliches Wort. Popel! Trotzdem. Ich mache das nicht, ich bin Journalistin. Was? Journalistin? Von ihr sind die Trash-News am Ende der Nachrichten. Über alte Menschen, Babys, Affen. Das ist kein Journalismus, sondern der Inhalt einer Windel. Nur damit du es weißt, mein Chef will mich bald befördern und zwar zu das Neueste aus dem Rathaus. Echt, das ist ja spitze. Und ich setze doch nicht meine Beförderung aufs Spiel, indem ich für 50 Mäuse Popel sage. Das verstehe ich gut. Denn jetzt sagst du Nippel und kriegst dafür 100. Na los, geh mal auf den Leih. Wessen Burben ist das? Ich weiß nicht, der war schon vor uns da. Das Verrückte ist, es scheint, als würde ich Burben jetzt mögen. Und ich dachte immer, ich hasse Burben. Erst das Hemd, dann der Burben. Ich habe 27 Jahre gebraucht, um mir Meinungen zu bilden. Der Film, den ich nicht leiden konnte, die Stadt, die ich furchtbar finde, nur weil es dort geregnet hat. Vielleicht sollte man das ein oder andere nochmal völlig neu betrachten. Du wirst dir nochmal die Goonies ansehen? Floss, lieb, Schunk. Nicht die Goonies, sondern Frauen. Vielleicht gibt es eine in meiner Vergangenheit, von der ich dachte, dass sie nicht zu mir passt. Obwohl sie eigentlich, so wie dieses Hemd, sogar sehr gut zu mir passt. Augenblick. Es gibt nur zwei Gründe, um mit einer Ex nochmal was anzufangen. Brustimplantate. Nein, die Idee ist nicht uninteressant. Lasst uns nachdenken, seine größten Hits. Wie wäre es mit dieser kleinen Steph? Steph? Es fällt mir schwer, das zu sagen. Vor ein paar Jahren in L.A., da war ich ziemlich pleite. Also habe ich etwa einen Monat lang in Pornos mitgespielt. Wow. Okay. Wie viele waren es denn? 175. Egal, was du von der Pornoindustrie hältst, die müssen hart arbeiten. Hey, was ist mit der einen, ähm, Jackie? Und meine Badehose rutschte mir da völlig runter. Ich kenne das Gefühl. Ja, wirklich. Als ich 16 war, habe ich aus Versehen einen Anhalter überfahren. Keine Ahnung, was aus ihm wurde. Bin einfach weitergerast. Äh, nein. Was ist mit Natalie? Natalie. Wer ist Natalie? Natalie. Es gab so viele schöne Erinnerungen an sie. Die Teelichter auf ihrer Frisierkommode, die Sockenaufensammlung auf ihrem Bett, dieser Belle-and-Sebastian-Song, den sie immer wieder gehört hat. Ihr Lächeln. Mann, ich habe sie seit drei Jahren nicht mehr gesehen. Und wer hat es beendet? Ich wollte damals keine feste Beziehung haben, wogegen heute fände ich das gar nicht so übel. Ob ich sie anrufen soll? Was sagt ihr? Du verschmähst eine Porno-Darstellerin? Freundschaft beendet. Freundschaft beendet! Herr Rhein, ich rufe dann zurück. Sie wollten mich sprechen, Mr. Adams? Ja, richtig. Sie müssen mir einen Beitrag machen. Es geht ums Rathaus. Rathaus? Oh mein Gott. Also, haben Sie im Rathaus mal wieder was zu erledigen? Kommen Sie doch einfach mal bei New Yorks ältestem Hotdog-Stand vorbei. Heutzutage kostet ein leckerer Hotdog 2,50. Aber damals, 1955, als dieser Stand aufgemacht hat, bekamen Sie einen Hotdog schon für einen Nippel. Das war für Sie live Robin Schabatsky, Metro News 1. Gott, ich habe Nippel gesagt. Das war sowas von unprofessionell. Ich habe im Fernsehen Nippel gesagt. Das ist jedenfalls besser als Popel. Popel. Da ist sie ja. Hey, ist das kalt hier drin? Denn ich sehe schon fast Robin's Nickel. Also, kommen wir zum nächsten Schritt. Barney, es gibt keinen nächsten Schritt, egal wie viel du bietest. Oh, dann horch in dich hinein, Robin. Wir wissen beide, hier ging es nicht ums Geld. Klar, Metro News 1 bezahlt dich schlecht. Und hey, ein paar grüne Scheine sind gut für dich, mich und den weißen Teppich. Wie kann jemand so einen Scheiß reden? Aber was Baby wirklich antörnt, ist der Kick, diesen Erbsenzählern eins einzuschenken, weil sie sie nicht würdigen und sie noch immer nicht befördert haben. Und für 200 weitere Grünlinge sieht Baby in die Kamera und sagt, äh... Oh. Ich hab einfach geraten. So, ich muss zur Arbeit. Bis dann. Mach's gut. Baby, denk darüber nach. Natalie's Nummer. Ich hab sie gefunden. Hey, Ted, nettes Hemd hast du da an. Ist schon wieder gestern? Danke. Ich rufe sie wirklich an. Das ist verrückt, ich hab sie seit drei Jahren nicht mehr gesehen. Ob sie noch weiß, wer ich bin? Hallo? Natalie. Hier ist Ted Mosby. Fahr zur Hölle. Sie weiß, wer ich bin. wieso hat sie einfach aufgelegt? Keine Ahnung. Hast du's mit ihrer Schwester getan? Nein. Oder mit ihrer Mom? Nein. Schon fang ich an, mich zu langweilen. Aber du musst was angestellt haben. Wieso habt ihr Schluss gemacht? Er war noch nicht bereit für was Festes. Aha. Da war irgendwas kurz vor ihrem Geburtstag. Aha. Hör zu. Man sollte einem Mädchen kein Geschenk machen, wenn man weiß, dass man sich von ihr trennt. Du hast dich kurz vor ihrem Geburtstag von ihr getrennt? Nein, das hab ich nicht. Nicht kurz vor ihrem Geburtstag. Oh oh. Natalie. Hey. Herzlichen Glückwunsch. Hör zu. Du bist total super. Das bist du wirklich. Einfach super. Aber ich hab grad super viel um die Ohren, also würde ich vorschlagen, dass wir das Ganze lassen. Aber du bist echt super. Auf ihren Anrufbeantworter. Oh. An ihrem Geburtstag. Macht mit einer Frau über Anrufbeantworter Schluss und dazu noch an ihrem Geburtstag. Sie hat recht, Mann. E-Mail. Das ist jetzt nicht das, worauf ich hinaus wollte, Marshall. Das ist eine ekelhafte Art, sich von jemandem zu treffen. Zur Verteidigung meines Mandanten gibt es eine nicht ekelhafte Art, sich von jemandem zu trennen. Nein. Ich würde den AB bevorzugen, anstatt die Erniedrigung persönlich auskosten zu müssen. So tut man dem anderen nicht so weh. Wen rufst du an? Hi, Marshall. Hier ist Lilly. Wir werden einen Monat keinen Sex mehr haben. Aber du bist toll. Lebe wohl. Ted, es war ein Fehler. Das hättest du persönlich machen müssen. Dankeschön. Verzweifelter. Bitte verlass mich nicht. Sex ist fantastisch. Okay, es war kindisch und dumm. Ich wollte sie nur... Ich wollte sie nicht weinen sehen. Du kannst mir glauben, sie hat geweint. Du hattest bloß nicht die Eier, ihre Tränen fließen, zu sehen. Damals war ich so. Okay, das hier ist der neue alte Shirts und Eier haben der Ted. Ich mach's wieder gut. Einen noch. Meine Schwester wurde 26, als ich mit 20 Sex hatte. Fantastisch. Ein Anlass, der Grund zur Freude sein sollte, nahm ein tragisches Ende, als Ethel und Sadie Margolis, New Yorks älteste Zwillinge, unerwartet der Schlag traf. Und das am Tag ihres 100. Geburtstages. Ich bin ein sehr ungezogenes Mädchen. Au. Das war live für Sie, Robin Schabatsky, Metro News One. Ist gut. Joel Adams will dich in seinem Büro sehen. Bevor Sie was sagen, will ich eins loswerden. Ich arbeite sehr gerne hier bei Metro News One. Großartig. Also mein Hund macht ständig... Was? Sie haben doch Hunde, nicht wahr? Was hat das zu bedeuten? Dass er zum Tierarzt sollte? Genial. Dafür schlug ich ihn was. War das alles? Ja. Kein Wort zur Zwillingsgeschichte? Oh, klasse Arbeit. Wirklich. New York lebt Sie. Sie sind ein Superstar. Bis dann. In dem Moment wurde Robin klar, dass niemand, nicht mal ihr Boss, Metro News One, guckt. Hi. Natalie, mach auf, ich will mich entschuldigen. Ich bin nur hier, weil du nicht ans Telefon gehst. Ich mach dir einen Vorschlag. Du könntest mir auf den AB sprechen. Haha, der war gut. Okay, prima, ich lass dir diesen Sockenaffen hier. Lebt wohl. Natalie, okay, gut, ich weiß, du bist sauer, aber alles Gute zum Geburtstag. Vor drei Jahren. Ach ja? Leck mich. Vor drei Jahren. Nein, halt. Ich war ein Idiot, hier auf den AB zu quatschen. Jetzt weiß ich, dass das ätzend war. Nein, das weißt du nicht. Also würde ich vorschlagen, dass wir das Ganze lassen. Aber du bist echt super. Okay, lebt wohl. Überraschung. Es gab eine Überraschungsparty? Wieso habe ich das nicht gewusst? Alle glauben, ich kann nichts für mich behalten und ob ich das kann. Falsches Thema, Entschuldigung. Hör zu. Natalie, ich war jung und unreif und hatte wahnsinnige Angst, davor mich zu binden. Und jetzt bist du vermutlich bereit, sesshaft zu werden, oder? Nun ja, so ist das. Ich bin jetzt ein anderer. Ich bitte dich, gib mir eine Chance. Du musst offensichtlich glauben, dass ich kein bisschen Selbstachtung habe. Na los. Eine Tasse Kaffee. Bitte, Natalie, gib diesem Typ eine Chance. Selbstachtung wird immer überschätzt. Wow. Vielleicht langsam Koffein, aber dein Game Boy hat wirklich ein neues Level erreicht. Danke. Ich beziehe seit neuestem Men's Health. Die ist voller nützlicher Infos. Das folgende habe ich erst im Oktoberheft. Also fing Natalie und ich wieder an, uns zu treffen. Und unversehens war alles wie früher. Die Teelichter, die Sockenaffen, Belle und Sebastian, einfach alles. Dass uns sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, schien greifbar nah. Ich hau ab. Ich hab in einer halben Stunde meinen Kraf Maga gehört. Kraf Maga. Ist das nicht cool? Sie macht Kraf Maga. Ja. Danke, Schatz. Macht's gut, Leute. Wiedersehen. Viel Spaß. Alter, was ist Kraf Maga? Keine Ahnung. So was wie Yoga. Natalie ist klasse. Immer gut drauf. Ja, sie ist die Beste, die du je hattest. Oh ja, Ted, sie ist was für immer. Ja, ich muss mit ihr Schluss machen. Ich verstehe es nicht, Mann. Natalie ist doch super. Ich weiß, sie ist fantastisch, aber ich muss mit ihr Schluss machen. Warum konntest du das arme Mädchen nicht in Ruhe lassen? Ich finde das doch auch scheiße. Die letzten drei Wochen waren echt toll. Ich sollte in sie verliebt sein, aber ich fühle es einfach nicht. Es ist nicht ausdrückbar. Ausdrückbar? Schönes Wort. Wann ziehst du es durch? Sie müsste jetzt in der U-Bahn sein. Sprich auf die Voicemail. Piep, Schluss, klick, fertig. Nein, diesmal muss ich es persönlich machen. Nur, was soll ich ihr sagen? Ich bin noch nicht bereit für was Festes. Ach nein, das ist so ein Klischee. Das ist kein Klischee, sondern ein Klassiker. Das ist der Topscorer der Schlussmachsprüche. Natalie hat was Besseres verdient. Blödsinn. Es gibt nichts Besseres, wenn man Schluss macht. Es kann nur weniger hart sein. Ein Klischee hat sich nicht ohne Grund bewährt, denn es spendet Trost. Schon, aber ich habe ja anfangs gesagt, dass ich bereit für was Festes bin. Oh mein Gott, ich werde sie wohl heiraten müssen. Nein, nein, wir hauen dich da raus. Okay. Wie wäre es mit Es ist nicht deine Schuld. Hm, hm, sechs Worte. Du wirkst fett in dieser Jeans und weg. Pat, hast du schon überlegt, dir die Wahrheit zu sagen? Süße, hier sind Männer am Werk. Pat, was ist denn die Wahrheit? Warum willst du mit ihr Schluss machen? Die Wahrheit? Sie ist es nicht. Dann sag ihr das. Oh, das darfst du ja nicht sagen. Das ist grauenhaft. Wieso? Was ist denn bitte schön so grauenhaft daran? Ja, was ist so grauenhaft daran, dass ihr nicht diejenige welche ist? Wieso soll das so hart für jemanden sein? Die Chancen für einen anderen Menschen, der eine zu sein, stehen sechs Milliarden zu eins. Ja, es ist sogar bedeutend einfacher, im Lotto zu gewinnen. Ganz richtig. Da nimmt es keiner persönlich, wenn er verliert. Also gut, Mann, dann sagt ihr die Wahrheit. Sie wird ganz schön heulen. So ist es. Und er wird da sitzen und es ertragen wie ein Mann. Mich verhalten wie ein Erwachsener. Apropos Erwachsen. Ich habe einen Live-Bericht eben damit beendet, dass ich mit meinen Möpsen gehupt habe. So wird das Fernsehen wiedersehenswert. Also Schabatzki, nächster Schritt. Und der ist immens, aber genauso die Höhe der Entlohnung. Denn die beträgt 1000 Dollar. Du hast richtig verstanden. Und dafür musst du in einem deiner nächsten Live-Berichte das hier machen. Was ist das denn? Ja, ich schaffe es. Danach, wenn du ihn gemacht hast, sagst du Folgendes. Albert Icky Woods. Die Bengals waren blöd, dich 91 abzuservieren. Deine 1525 Rushing Yards und deine 27 Touchdowns bleiben unvergesslich. Hey, Coach, stell Schula, schweiß auf dich und ein dämliches Steakhaus. Schreib's mir auf, Barney. Mir ist es egal, es sieht mir sowieso keiner zu. Ja, sie wird ganz sicher heulen. Sloth liebt Junk. Danke, Lily. Am nächsten Abend lud ich Natalie zum Essen ein, um mich erwachsen zu verhalten. Tja, Natalie, ich muss dir etwas sagen. Halt, warte, zuerst muss ich dir was sagen. Heute im Job habe ich nicht nur einen oder zwei, sondern drei Geburtstagskuchen geschenkt bekommen. Können wir den Kuchen also heute weglassen? Du hast heute Geburtstag? Ja. Nein, ist okay, ich hab's ja niemandem erzählt. Du hast heute Geburtstag. Ich gar kein Geschenk. Oh, ist schon okay. Ich hab bereits ein schönes Geschenk von dir, das ich wieder vertrauen kann. Es freut mich. Ich brauch noch ein Fass Wein. Henry, als New Yorks ältester Kutsche eines Handsome Cap haben Sie vieles erlebt. Was meinen Sie? Was ist nach 60 Jahren Dienst Ihre aufregendste Erinnerung? Tja, wissen Sie... Achtung, jetzt! Oh Mann, muss das sein? Achtung, Leute, werft bitte einen kurzen Blick auf die Glotze und erlebt etwas Unglaubliches. Und dann, es war 72, als Mickey Mandel zum vierten Mal bei mir einstieg und ich ihn nach Hause fahren durfte. Los, mach den. Hol dir den Big Point. Aber das mit Sicherheit aufregendste Erlebnis, das ist wohl das, was in diesem Augenblick hier geschieht. Was? Alle sehen mich. Ich bin im Fernsehen. Ich hätte nie geglaubt, dass ich darin mal was erzählen kann. Dankeschön, Miss Robin Schabatsky. Dankeschön. Und da wurde Tante Robin klar, wie wichtig ihr Job tatsächlich war. Es ist eine große Ehre, sie zu interviewen, Henry. Wissen Sie, Metro News One ist vielleicht nicht die Einschaltquote Nummer eins, aber als Reporterin bin ich stolz darauf. Oh mein Gott, ich bin voll am Pferden. Mein Gott. War das so gedacht? Nein, Marshall. Das übertrifft meine kühnsten Träume. Also, falls du mal nach Alabama kommst, meine Mom ist berühmt für ihren wahnsinns Langusteneintopf und sie ist schon ganz ungeduldig, dich mal kennenzulernen. Natalie, ich muss dir was sagen und sowas kommt nie gut. Ich will mit dir Schluss machen. Ich glaube, du bist es nicht. Ich will nicht deine Zeit verplempern. Ich mag dich wirklich sehr. Ich will dir nicht schaden und das tue ich bestimmt am besten, indem ich einfach ehrlich bin, nicht wahr? Es tut mir leid. Lass es raus. Es sind nur Tränen. Du glaubst also, ich bin es nicht? Tut mir leid. Ich dachte, es sei Erwachsen dir ganz offen. Ich habe Geburtstag. Ich weiß, es war mir nicht klar, dass du... Ich habe Geburtstag, okay? Und du sagst tatsächlich, dass ich es nicht bin? Aber das ist nichts Besonderes. Ich meine, das ist so wahrscheinlich wie eine Niete im Lotto. Oh, und du bist also der Sechser im Lotto? Oh nein, so habe ich das nicht gemeint. Also gut, wo liegt das Problem? Ich kann dir das hier unmöglich sagen. Versuch's. Das ist unausdrückbar. Heißt es, ich bin schlecht im Bett? Nein, 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 nein. Ich wollte damit sagen, dass ich es dir unmöglich erklären kann. Heißt es, ich bin blöd? Oje, was ist hier los? Pass auf, ich kann dir sagen, was hier los ist. Du brichst mir das Herz auf einem Anrufbeantworter an meinem Geburtstag. Wartest dann drei Jahre, bis ich darüber hinweg bin? Spürst mich auf, um nochmal von vorne anzufangen, um dann wieder mit mir Schluss zu machen. Drei Wochen später und wieder an meinem Geburtstag. Nein, es ist ganz anders. Ich bin nur, es, 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 weißt du, es ist schwer. Was? Ich, ich habe gerade super viel um die Ohren. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Ich habe in einer halben Stunde meinen Graf Maga-Kurs. Tja, Graf Maga ist keine Art Yoga, sondern eine von der israelischen Armee entwickelte Nahkampftechnik. Ja! Toll, unglaublich. Dieses Getränk ist von den zwei netten Gentleman an der Bar. Mein Knie! Es ist in meinen Haar! Ist es nicht schön zu wissen, dass du gesehen wirst? Oh Gott! Ist alles okay? Was ist dir denn passiert? Die Wahrheit, die Wahrheit ist, dass sie einen richtig üblen Tritt beherrscht. Oh Mann! Du hast jedenfalls das Richtige getan. Ich bin stolz auf dich. Ich verblute innerlich. Weißt du, was mich in solchen Fällen aufmuntert? Das Unglück anderer Leute. Du hast nämlich was verpasst. Bitte, kann es nicht eine Person in dieser Bar geben, die das nicht gesehen hat? meinetwegen. Alles in Ordnung? Ich dachte, dass ich mich diesmal richtig verhalte. Ein richtig gibt's aber nicht. Ich meine, selbst wenn man sein Bestes gibt, landet man doch manchmal auf dem Hosenboden und bälzt sich in einem übergroßen Haufen Pferdemist. Du hast das gesehen? Tja, mein Handy hat jetzt Internet. Rieck dich nicht auf, sieh's mal so. Das war's mit Natalie. Kein, sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, nur jede Menge Schmerz. Alle schönen Erinnerungen waren mit einem Schlag beziehungsweise Tritt wie weggeblasen. Aber so schlimm jener Abend auch war, binnen eines Jahres hat Natalie geheiratet. Das ist nun mal das Gute am Schmerz. Er hat seinen Grund. Wow. Du bist von einer Frau verhauen worden? Mehr von der Geschichte ist nicht hängen geblieben? Du bist also von einer Frau verhauen worden? Ey, sie konnte Kraft magar. Hm? Also Kinder, kennt ihr die Geschichte, wieso ich mal taub war? Wieso fragt er uns? Er drückt uns die Geschichte sowieso rein. Stimmt genau. Es fing alles damit an, dass Robin in die Bar geschossen kam und sagte... Sag, du bist mein Sklave. Ich bin dein Sklave. Wieso denn? Weil ich uns alle heute Abend reinbringe ins... Okay. Ins Okay? Das ist der Hammer! Hatte ich gerade einen Schlaganfall? Okay ist der Name eines Klubs und der soll wirklich exklusiv sein. Ein Freund von mir stand mal zwei Stunden an und kam nicht rein. Hieß der Freund zufällig du? Nein, der Freund hieß zufällig Halt die Klappe! Der Besitzer geht in meinen Fitnessclub und er ist ein Fan meiner Berichte für Metro News One und heute stehe ich auf der Gästeliste. Gute Arbeit, Schabatzky. Du entwickelst dich noch zu einem schwer zu buchstabierenden Innamen. Ich kriege sogar Zutritt zum VIP-Bereich. Ja, um dir seinen VIP vorzuführen, wenn du verstehst, was ich meine. Für was steht der Begriff VIP in deinem kleinen Universum, Barney? Ich denke, das P steht für Penis. Also ihr kommt mit. Wie steht's mit Marshall und Lily? Was war daran wohl so lustig? Wisst ihr, Lily war Kindergärtnerin und während einer schicksalhaften Ruhepause... Austin und ich waren letzten Samstag in dieser traumhaften kleinen Pension. Es war so schön. Wie war euer Wochenende? Ex! 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 Zehn Sekunden! Wie spricht der König? Ach, ein bisschen mit dem Verlobten entspannt, weißt du? Das, das war mir schon irgendwie peinlich. Claire ist in meinem Alter und sie und ihr Mann machen immer so diesen Niveauvollen Erwachsenenkram. Vielleicht sollten wir auch langsam mit Erwachsenenkram anfangen. Das heute Morgen war doch Erwachsenenkram. Aber er hatte kein Niveau. Wie wär's mit einer Weinverkostungsparty? Ich mag Wein und Verkostung auch. Und ich steh auf Partys, also los, machen wir's wie richtige Erwachsene. Tja, und seitdem jagt sie ihn durch Buchclubs und Kochkurse. Dinge, die du nur mit der Person tust, die dir die nächsten tausend Nummern ermöglicht. Will heißen, Lily und Marshall sind nicht dabei. Na gut, jedenfalls das ist Teil zwei meiner Geschichte. Meine Freundin Kelly kommt auch. Kelly, die Frau, die ich angeblich lieben werde. Ach, du wirst Kelly lieben. Sie ist witzig, spontan und lebensfroh. Übersetzung, sie ist hässlich, nicht schön, jedoch schön hässlich. Oh, sie sieht rattenscharf aus. Also die Last kann ich dir für einen Abend abnehmen. Hast du noch weitere rattenscharfe Single-Freunde? Nein, Kelly arbeitet schon seit einiger Zeit in einer... Du im Sackhotet? Was ist los? Was ist denn? Ich muss wirklich sagen, das sieht affengeil aus. Gefällt mir. Danke. Und das Haar sitzt perfekt. Hey, wir haben das gleiche Oberteil an, aber nein, das ist nur mein Oberteil, das sich in deinem spiegelt. Eine der 24 Gemeinsamkeiten von Frau und Fisch ist, dass beide auf glänzende Sachen abfahren. Du liest nie in meinem Blog, oder? Komm, Blechdose, gehen wir. Also Kids, habt viel Spaß in eurer Disco. Was ist denn mit denen passiert? Wir sind erwachsen geworden. Ja, und das kann auch Spaß machen. Heute zum Beispiel testen wir verschiedene Weine und schnabulieren dazu Gourmetkäse. Wow, das Leben in einer festen heterosexuellen Beziehung kann einen Typen also schwul werden lassen. Okay, die coolen Kids verschwinden jetzt. Oma, Opa, nicht zu lange aufbleiben. Mann, oh Mann, was hier heute Abend so rumläuft, das sind ja jede Menge leckerer Hühnchen. Also, unsere Anmachstrategie. Zuerst ein Hühnchen finden, dann an sich nehmen, an dem rumknabbern, bis es verschluckt werden will. Sind diese Strategien je erfolgreich? Die Frage sollte lauten, sind diese Strategien je nicht erfolgreich? Und die Antwort würde lauten, 50-50. Meine Sklaven! Sieh mal nach, die gehören zu mir. Kommt durch! Wir sind auch Ihre Sklaven. Wir warten noch. Bei den heutigen Zinsen lässt du die Raten besser auf 30 Jahre festschreiben. Meine Rede! Was habt ihr vor, Masche? Denkt ihr auch an ein Haus? Ein Baby? Nein, ich denke, mit der Babynummer warten wir noch etwas. Ich meine, ich mag Babys. Babys sind cool. Mit ihren süßen Schwabbelärmchen. Aber, ähm, sie machen dich alt und sind wie ein Anker, der dich an einen Liegeplatz bindet. Für immer. Ich bin im vierten Monat. Peinlichkeitsregel Nummer eins. Es ist nur peinlich, wenn wir Peinlichkeit zulassen. Der Laden ist super. Ja. Kelly ist auch da? Ja, sie steckt hier irgendwo. Suchen wir sie, ich mach euch bekannt. Und dann werde ich mich mal ein bisschen in den VIP-Bereich begeben. Das ist so dumm und willkürlich, oder? Wer zum VIP wird und wer nicht. Dürfen wir mit? So willkürlich nun auch wieder nicht. Wow, jetzt wird's aber laut. Findest du? Das Recht ist auch ein bisschen laut. Auf, gleich, Kelly, komm! Sollen wir raus, damit wir nicht waschen können? Ja, ja! Mir geht schon viel besser! Fandest du es doof, als Ted gefragt hat, ob ich mitkommen will? Wieso wärst du jetzt lieber in einer verschwitzten Disco, in der es dir ständig in den Ohren dröhnt? Dünsch, 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 dünsch. Ist es das, was du willst? Dünsch, 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 dünsch. Ist es das, was du willst? Die Raten auf 30 Jahre festschreiben lassen. Ich bin im dritten Monat schwanger. Das war peinlich. Dann mal hoch, die Tassen. Nicht so schnell. Er sollte erst 30 Minuten lang atmen, damit die Tannine samt weich werden. Die bösen Tannine. Robin Schabanski! Robin Schabanski! Und woher kennst du Robin? Ich bin Schöpfer! Ist das bei Wanchester? Das wär total lieb, was ich nicht nehme an mir. Weißt du, was die da drin treiben? Sie schauen sich Clares Ultraschallvideo an. Und glaub mir, selbst das Baby sieht gelangweilt aus. Ja. So schlimm ist es nicht. Wir müssen mit Ihnen doch erst warm werden. Claire und Austin haben uns für nächsten Samstag zu ihrem Fondue eingeladen. Du versuchst ernsthaft, mir Fondue schmackhaft zu machen? Da trunk man Zeugs in heißen Käse. Hört sich doch gut an. Ja, das hört sich gut an. Aber man trunk Zeugs in heißen Käse bei langweiligen Leuten. Marshall, wir müssen endlich erwachsen werden. Marshall wusste, dass sie recht hat. Es war an der Zeit, dass wir uns alle nicht mehr wie Kinder benehmen. Aber noch nicht heute Abend. Unser Apartment war im dritten Stock und ich bin mir nicht sicher, ob das folgende wirklich wahr ist. Aber Onkel Marshall schwört, dass es so abgelaufen ist. Taxi! 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 Wir sind jetzt hier. Das neue Album ist fantastisch, so geschmeidig und sauber. Nicht so schwer wie ihre frühen Werke. Genau, ich denke auch, Nora Jones wird immer besser. Und bitte, sag, dass wir endlich den Wein trinken dürfen. Fünf Minuten noch, wir wollen die Tannine ja nicht hetzen. Bösen Tannine. Ist jetzt nur der Laden wirklich gut? Du hast keinen Schimmer, was ich gerade sage, oder? Ich bin ein Außerirdischer. Die Zieler habe ich auch verbunden, weil ich ein Delfin-Flachgelehnt habe. Ich bin übrigens Badmesser. Nein, das war ein Witz. Ich wollte da einen Witz machen. In dem Moment wurde mir klar, dass Clubs nicht der Hammer waren. Nein, Clubs waren nicht mal okay. Okay. Clubs waren richtig scheiße. Und ich wollte einfach da raus. Hey, Robin. Hey. Was machst du hier? Ich rufe gerade den Chef an. Irgend so ein Penner lässt mich nicht in den Wippe rein. Was machst du hier? Hab mich ein bisschen verspannt und wollte mich hier auflockern. Bringst du mich rein? Ja, gehör zu mir. Na toll, Voicemail. Danke, bis gleich. Bis gleich. Hör mal, der ist gerade erst aufgetaucht. Vermutlich ein Promi. Ah ja, hat Affleck nicht noch einen dritten Bruder? Keith Affleck, Brian Affleck oder sowas? Das ist nicht zu glauben. Der Typ war Brian Affleck. Es geht nicht darum, dass ich unbedingt in den Wippereich will. Ich war schon in dutzenden Wippereichen. Das können Sie mir glauben. Ich bin also keine Wipp-Jungfrau mehr. Nein, im Ernst, rufen Sie zurück. Oh, ähm, ich war schon drin. Robin Schabatski. Ich stehe drauf. Tut mir leid, der Name ist schon abgehakt. Aber ich bin Robin Schabatski. Reporterin bei Channel One. Es gibt ein Channel One? Zurück in die Reihe. Tja, hättest du dich mal an Brian Affleck erhalten. Ja, Garderobenmarkt, geben Sie dem Mann nicht seinen Umhang. Entschuldige dieses Pathos, du bist natürlich keine Markt. Nein, Garderobenmarkt finde ich gut. Sollte ich mir aufdrucken lassen. Äh, was machst du denn hier? Lilly hat dich gehen lassen? Lilly? Wen interessiert's, Mann? Du bist tot. Oh, ich bin sowas von tot. Tja, ich fahr nach Hause. Nein, halt! Ich setz meinen Arsch und vermutlich noch andere Körperteile aufs Spiel, um hier mit meinem Kumpel abzufeiern. Also feiern wir jetzt ab, ja? Na gut, ein Bier. Ja. Und hier muss ich nicht eine halbe Stunde auf was Trinkbares warten. Ja! Oh Mann, ich hatte vergessen, euch das zu erzählen. Das ist wichtig für das Folgende. Am Nachmittag war Marshall beim Zahnarzt und hatte eine provisorische Krone bekommen. Marshall, ist alles okay? Wie gesagt, ich war nicht dabei und die Infos sind ein wenig diffus. Taxi! Hey! Hey! Marshall hat sich von seiner eigenen Party verabschiedet. Bringst du mich rein? Ich muss ihn kurz umlegen. Ich schaffe es nicht mal selbst da rein. Oh, ich bin sowas von doof. Oh, kaum werde ich von irgendwem mal erkannt, hatte ich mich gleich für Julia Roberts. Ich bin gar kein VIP. Ich bin nicht mal ein IP, weißt du, sondern ein schäbiges kleines Pi, das hier in der Gosse sitzt. Weißt du was? So ein Pi in der Gosse ist mir lieber als eine Julia Roberts im Club. Da drüben ist Barney. Ich mach' einen Abflug. Oh, mein Tag! Hast du vielleicht... ...eine Asperie? Vielleicht... ...gibt's im Klo... ...eine Automaten! Bis heute weiß ich nicht, was da drin vorgefallen ist. Aber als Marshall ein paar Minuten später wieder rauskam... Dieser Abend? Ja. Solche Clubs haben doch den Sinn, Spaß zu machen, oder? Wieso finde ich sie dann so blöd? Weil so ziemlich das ganze Zeug, das man mögen sollte, eigentlich ziemlich ätzend ist. Wie dieser Club. Oder Kreuzfahrten. Oder Silvester. Oder der Superbowl. Oder Paraden. Oder Cheerleader. Oder Paraden. Das hast du bereits gesagt. Weil ich Paraden ganz furchtbar finde. Er ist einfach abgehauen und zwar mitten in der Party. Sowas macht man nicht. Es sei denn, man ist auf der Suche nach jemandem, der vorher schon abgehauen ist. Ich finde, das ist okay. Ich schlage mich ungern auf seine Seite, aber eine Weinverkostung? Was findet nächste Woche statt? Ein Scrabble-Abend? Meine E-Mail liest du besser nicht. Wieso veränderst du dich plötzlich? Hast du nicht schon einmal wegen einer Mutprobe deine Titten entblößt? Das habe ich, ja. Und die anderen Male nur aus Spaß. Aber jetzt gehe ich nicht mehr aufs College. Ich würde ja gern wieder ganz so wie früher sein, aber du kannst dich nicht zurückbewegen, sondern nur nach vorne. Ähm, falsch. Man kann vor und zurück. Die Frage ist letztlich, was du willst. Ich will da rein in diesen Club und meinen Verlobten finden. Tja, das ist leider nicht drin. Wollen wir wetten? Mach's mir nach. Hey, Meister! Los, mach's mir nach! Du, 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 du. Bitte, bitte, bitte. Na los, ja, bitte. Okay. Das waren die vier schönsten und einzigen Brüste, die ich je gesehen habe. Ja, das ist doch so. Wenn einem gesagt wird, dass etwas super ist, dann ist es das meistens nicht. Genau, freut man dieser Logik, hieße das, wenn du und ich miteinander ausgingen. Dürften wir nicht dorthin gehen, wo man angeblich Spaß hat. Genau, dann ab zum TÜV. Oder zum Zahnarzt. Klingt hart, aber wieso nicht? Na gut. Aber meine letzte große Frage musst du noch beantworten. Wie viele Mäntel könnte ich wohl gleichzeitig tragen? Danke. Das war's. Okay, jetzt geht es um diesen Stein. Barney? Barney? Ted, hol deine Jacke, wir gehen. Was ist mit dem Hühnchen, dem du geknabbert hast? Das war meine Cousine, Leslie. Nein, nein! Oh nein, darüber lachen wir nicht, Ted. Das hier wird nicht in ein paar Monaten eine lustige Geschichte abgeben, im Stile von... Hey, weißt du noch der Abend, an dem du dieses Hühnchen... Nein! Und weißt du warum? Weil dieser Abend nie stattgefunden hat, kapiert? Weil du mir versprichst, dass du nie, aber auch niemals einer anderen lebenden Seele je von diesem Abend erzählen wirst. Los, versprich es! Ja, okay, versprochen. Hohin wir Marshall und King. Hey, danke, du hast mir den Abend gerettet. Du bist demnächst, oder? Ja. Ähm, hey, Trinkgeld, Barney. Wieso? Ich hab nichts abgegeben und selbst wenn... Trinkgeld geben ist für mich etwas... Oh, übrigens, Barney hat heute Abend ein Mädel angebargert. Warte! Ist gut so. Den Trick mag ich mir. Und so entdeckten Marshall und Lily ihre Jugend wieder. Das war richtig süß. Und dann wurde es... unabhängig. Ich fand's schön, dass ihr heute Abend doch noch aufgetaucht seid. Hey, Alter, kann ich kurz mal was loswerden? Dass ihr mich nicht eingeladen habt mitzukommen, hat wehgetan. Meine Verlobung hat zwar einiges verändert, aber es wäre nett gewesen, wenn ihr mich wenigstens gefragt hättet. Tut mir leid, nur ich dachte, du hättest andere Pläne. Wir haben heute echt deine Songs gespielt. Ich meine, neuerdings... Ja, ich weiß, es ist nur, als lebten wir zwei plötzlich in verschiedenen Welten. Vielleicht hast du mit Barney mehr Gemeinsamkeiten. Was? Du hast ja wohl einen Knall. Denkst du, ich gehe gerne in solche Clubs? Eure kleine Weinprobe wäre mir tausendmal lieber gewesen. Oh mein Gott, mir kommt's hoch. Wo ist meine, wo ist meine Handtasche? Oh, es geht schon wieder. Das Problem ist, dass du diese Pärchensachen nur unternehmen kannst, wenn du eine Partnerin hast. Und die finde ich nur, wenn ich ständig unterwegs bin und mit Barney diesen dummen Single-Kram anstelle. Was? Und ich sag dir, wenn ich sie gefunden hab, dann trinke ich mit ihr ganze Wein bergeleer. Bärgeleer, ja. Es wird schon werden. Hey, vielleicht wird's ja die Süße von der Garderobe. Ja, vielleicht wird sie es. Sie wurde es nicht. Weißt du, Ted, ich sag das eigentlich viel zu selten, aber es ist mir wichtig, dass... Hey, da gibt's echt leckere Salate!